hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge starfield so wo wir stehen geblieben morgens letztes mal irgendwas im suchen hier bin ich reingeraten so machen wir das ding hier auf die sagen so der passt der passt so rein und der passt so weit ach ja warum denn die anlage da war doch was wir hatten hier jetzt alles dennoch nicht gelootet das wird jetzt wohl nicht mehr gebraucht was ist richtig hier ist jetzt nicht mehr stehen geblieben was letzte mal wir haben alle schon gelootet irgendwie hoch bladimir wären die augen aus dem kopf gefallen vor begeisterung hier liegt nur jemand rum der ist auch schon leer gesammelt ob jemand gekräht hat oben gucken da war so schön nur im weg so die gute dame macht das was sie gerne macht im weg stehen mit dem kummer verklingel dingeln wo genau gucken wo der ring dann drüber ist ein einsteiger see hat man ja noch nicht genug passt so hin und die sind da so hin du hast du essen hast du wirklich all diese sachen mit dir rumschleppen was habe ich gegessen tante ja ganz geschmeidig ich nur umschleppen und eventuellen essen ist bei mir sein himmel war unterschiedlich sagen damit das was ich mitgenommen hier drinne als täten der extra klasse so haben wir in der relativ weit ist er passt das was mit denen da an wir haben noch was ich weiß jetzt mit dem linke ist leer und gucken wir hier ein ex die pärte ok der pass so haben wir drei und den da passt der passt nicht der passt so der passt so haben wir und ja 1 2 1 2 ja es ist nicht der es ist nicht ok er muss jetzt sitzen er hat der kündig sein ja ja ich gehe jetzt mal fest davon aus wir haben alles ist ja gut aus ich hatte die marken fischer zu auch noch zwei tiere was wir mal gucken wo ist mein schiff das landepunkt nur 30 m ich will was ausfalten lässt du mir ein paar sachen da und weil du sie nur tragen kannst kleidung die kann ich mehr tragen raus preis auf die gesundheit ich muss hier raus das hat spaß gemacht was jetzt so jetzt muss ich mal kurz gucken hier ist mein bett ich muss noch ein bisschen schlafen sie an sie an so setzen muss erst mal hin so jetzt können wir mal tap was haben wir denn noch so an missionen und bau auch mit dir aus Mauer. Südeli. Gibt's noch mal zu. Loh. 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 So, doch von mal an. Und das war's. Wenn du kurz Zeit hast, habe ich was für dich. Dann muss ich mal hier hin tackern. Der hat 5000. So, wir fangen an. Ressourcen. Alles, was ich noch nicht brauche. Der raus. Der raus. Der raus. Bücher und Slates. Oh stimmt, alles doppelt im Fünffach. Also, das ist ein Objektivist. alles wir haben das was wir brauchen und es gibt es los das haus das haus geht raus die bleibt die geht raus die geht raus bündel geht raus die geht raus wer hat das ding jetzt nicht cidonia ist eine ich nehme dir gerne etwas last ab weil stand ich nehme dir last ab auf eine rettungsachse jetzt doch und ist da jetzt das Equinox behälfte Helme Leitung Dosen Oha Hast du was für mich? Oh es hat alles Inventar Waffen Waffen hmmm Die hat es jetzt glaube ich diese da jetzt müssen wir mal gucken Nova hat 1.5 Sarah Die braucht 1.5 und 3er und 3er Was Vielleicht ein anderes mal Ich hab dir doch schon was gegeben Tante Ist ein bisschen überraschend oder? Was kann die Handelsaufs selbstverständlich mhm mhm So gehen wir mal was denn verkaufen günstiges oha 4 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 6 6 9 10 10 10 10 10 11 11 12 10 12 13 14 15 15 16 16 16 So, müssen wir noch mal warten. So, gleich können wir wieder was verkaufen. Machen wir auch schon bei einem Automaten. Da kriegt man noch was los noch mit 5K. Die haben jetzt ein großes Patch ausgerollt, das habe ich mir aber noch nicht runtergeladen, das Update. Ich weiß noch in der Testphase, ob es zu dem Zeitpunkt, wo die Folge erscheint, dann schon da ist, ist wieder was anderes. Momentan ist es noch im Test. So, verkaufen. So, Waffen. So, Slides da raus. Diese da auch raus. Die haben wir. So eine Beowulf raus. Das ist ein Monstrum. Seid ihr nicht doof? So. So. Egal. So. Du trägst zu viel Zeug mit dir rum. Du solltest was davon loswerden. Ich bin doch schon dabei. Meine Fresse. Kann man dir irgendwie helfen? Gewiss. Gewiss. So. Waffen. Verkaufen. Waffen. So. Das ist das. Die Coachmen. Kein weg. Kein weg. Kann man ja alles. Obwohl es bleibt. Piratenangriff. Wir sind doch fast wieder auf einem Kreuz. Wir sind doch fast auf einem normalen Level. Wir sind doch fast auf einem normalen Level. Klamotten. Mit den Demos geht raus. Die Lederbekleidung. Adrian bleibt. Meiner geht raus. Arbeiter. Nachtleben. Und Cyberware geht raus. Dosen. Alles was kein Dingsbums hat. So. Dann gehen wir nicht durch. So. Lassen wir den Stiefel verklingeln. Hey, Neuling. Schicke Stiefel hast du da. Sind die zu verkaufen? Ich geb dir 500 Credits dafür. Mir stehen die sowieso viel besser als dir. Cool. Solche wollte ich schon immer haben. Dürfte auch meine Größe sein. Ehrlich gesagt, wär ich bis auf 2000 hochgegangen. Ich sage nicht, dass ich dich abgezockt habe, aber ich denke es. Das ist mir egal. Ich glaub, die Pechstiefel bin ich los. Will nicht mehr. Auf nach New Atlantis. Ich hab da was für dich. Oh, Nerven, ne. Tante. Ok. Du. Und es blickt nicht. Hier geht man zur Loge. der war ja unterdeck da muss ich dann bloß zum raumhafen oder mest ich hab da was für dich gefunden ich will das mal hier an die forschung wenn ich hier bin wird mir klar wie wichtig der beitrag der constellation zur erkundung ist mal gucken was man schon machen können fangen wir hier an bettigen wir haben gar nichts davon haben wir was bettigen ok das haben wir jetzt so bettigen bestätigen ok da gehen wir hier rein so rot haben wir kein bestätigen 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 so da haben wir nichts ok Cocktailschule bestätigen da haben wir nichts eh so vor der harten rolle ist angefangen so jetzt hier rein befügen auch noch drei rahmen ok das haben wir abgeschlossen ist doch blockiert auch mal aus den posten technik ok da gehen wir hier mal rein hallo haben wir nix bieridium haben wir auch schon alles reingeballert da gehen wir Helmut so so Waffenmord gucken was wir hier machen können gucken was wir hier machen können so Waffenmord wir können jetzt abschließen Laufmord 2 jubi so dann noch blockiert auf den kaltenmord aluhammer nix 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 optik und gläser haben wir gar nicht so jetzt muss ich mal kurz gucken Inventar Ressourcen schon mal ein bisschen was geworden so 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 gucken wir mal gucken wir mal gucken wir mal mal ich hab da was für dich verwandeln in was terror morphs riesige panzer mit panzer deshalb die neuen scan protokolle wenn wir da sind kommt kein europa so so machen wir doch ein bisschen was los das verstanden verstanden wir wollen hier nämlich keine terror morphs sehen legen wir mal los oh so weiter gehen du wirst beim betreten der stadt gescannt bitte ok 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 i'm walking für dich für dich gefunden aber tut hier ich muss hier rein das zeug ist alles ich habe überall kontakte ja weißt du woher ich das weiß die regenwolke über deinem kopf ist fast weg hier für deine harte arbeit wenn fortuna wieder auf meiner seite ist fängt das geschäft sicher an zu florieren und lass uns nie wieder von diesen verfluchten stiefeln sprechen geschäfte gehen immer ganz in ruhe ich habe zeit was habe ich denn drinne Waffen ich habe warum schmerz klinge was habe ich denn da drinne also die bleibt da drinne Huchse verkaufen was hast du denn Waffen was hast du denn da drinne was hast du denn da drinne ich muss das dir einfach schmerzen ich muss das dir einfach schmerzen was hast du denn da drinne muss man schon mal ganz gut ja was auf dich auf für noch ein waffen schon mal kurz was das munition und Was ist denn das hier Anzahl? Was sind das jetzt? Da brauchen wir keine Munition. Da haben wir U108 das ist. Kaliber 43 brauche ich, da brauche ich auch nichts. 11mm 12G Patronen 40xlp Kaliber 43 11mm 12G und 40xlp Wenn du mich fragst, das war klar. Ja doch. So, Munition. 12G und Patronen. Kaliber 43 Kaliber 43 Und dann sagt 11mm hat er nie. Doch hier oben 11mm wundestwickt da gibt es auch noch einen schicken waffenladen die hat eigentlich gut munition muss jetzt die die triche muss ich mir holen jetzt habe ich was für dich orientieren dass du nicht da lang zum glück wiegen die mumpeln nix seit der sache es gibt nichts wir finden bestimmte ich brauche munition 11 mm gesamt ließen so 40 xp kaufen haben wir erst mal etwas die triche hat sie keine da gibt es eventuell im vertriebszentrum was wo ist denn selber da da muss ich mal kurz was gucken weil das war ja ne leichen brauche ich noch 30 30 schleißangriffe brauche ich noch für level punkte wo ist denn die her wird dann nehmen wir mal so mit hier außen posten welchen ist denn das und hier mal das ist schon hier haben wir noch nix da haben wir noch ne und gehen wir noch und gehen wir noch forschung da runter war ich muss hier rein muss gucken das blöde vertriebszentrum da vorne müssen wir einen ordentlichen Vorrat an Tittrichen organisieren die haben sowas da schmerzen hier schmerzen da schmerzen dort da war es für dich die Tante dort wenn die Schicht nicht bald um ist willkommen im jussi vertriebszentrum kann ich behilflich sein auch selbstverständlich da ist nichts das was ich brauche ok ok gut ich hatte was new atlantis ich habe da was für dich gefunden was mich mit dem klumpe in ruhe du wirst beim betreten der stadt gescannt wir haben alles was du für dein schiff brauchen hoffentlich findest du alles was du brauche sie dich in ruhe um alles was muss ich mal hier nochmal kurz jetzt jetzt schiff 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 Ich weiß nicht, ob ich es nicht mehr oder so Helme. Buttonschriftsteile. Adaptiv Raum brauche ich irgendwas, ob ich das ohnehin habe. Du bleibst nichts sehen. Das war die Suche. Eine Digi-Dietrieche. Auch hier zwei Stück. Danke für deinen Besuch. Digi-Dietrieche. Was hab ich denn davon jetzt? Ähm. Digi-Dietrieche. Okay. Habe ich gerade mal zwei Stück wieder. So. 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 Und ob es wäre... So. 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 Widerlich. Oh. Ey. So. So. Oh. sprich mit Dingsbums. So. 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 Ich glaube eher das inbekannt, ja. Ist das Ding auch kalibriert? Auch gewisse Sachen. 2 von 5 Ressourcen und wir haben Schmerzen. Die habe ich manchmal auch. Wo ich das renne. Also mir wird das jetzt momentan beim Rennen ähnlich gehen. Dass ich komplett außer Atem bin und danach ein Sauerstoffzelt brauche. Weil ich sage, Bewegung bin ich ein bisschen bewegungslegastheniker. Also mangelt es mir sehr. Ja. Ein bisschen auf Arbeit und ein bisschen Radfahren. Mehr ist es bei mir nie. Bin ich ehrlich gesagt stinken voll in der Sache. Ja. 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 Da ist nix. Ja gescannt. Ja. und noch muss sowas in der Ort der Forst fängt an sich auf meine Instrumente auszuwirken das ist Schluss 1 heuleise und noch muss Was? Oh, das war klar. Was? Oh, das war klar. Ach, schon mal 3er. Was? Oh, das war. Okay. Oh, das war. Oh. Okay. 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 Das brauche ich nur noch Wasser und Quecksilber. Ein bisschen Uranotasch ist immer etwas feines. Gucken, was wir da hinten noch finden. Soll es noch Quack-Silber? Auggi. Wir suchen Quecksilber, Quecksilber. Auggi. 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 Ich kann nicht einfach Museumsstücke herausgeben. So funktioniert das nicht. Falls das kein Betrug ist, sprich mit Irre Pfoten. Ich glaube, er könnte noch ein paar Stücke übrig haben. An die ranzukommen, wird aber auch nicht unbedingt einfach. Wo ist das Irre? Ich komme aber erst mal zum Ende für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Denn ich bin raus. Hatschau, sagt euer Jaso.